Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mad Max. Ich bin Marv und da hinten habe ich wieder einen dieser tollen Ballons gesehen. Und den schnacken wir uns jetzt gleich besser. Aber erstmal mache ich das, was ich letzte Woche schon machen wollte. So, 461 Teile. Schrott. Heißt für uns, kann wieder was aufbessern. Sagen wir mal. Patrouillen-Lederjacke. 20% weniger Schaden durch Faust- und Wutangriffe. Aber her damit. Sehr gut. Ups, das war noch nicht alles. So, dann haben wir hier Dosen-Schutz. Für diese Rüstung kann ich besser parieren und mich wehren. Beringert den erlittenen Schaden. Okay, was haben wir noch? Patronengürtel geht noch nicht. Für eine neue Frisur. Lange Haare mit Bart. Oh Gott. Das macht dich nicht hübscher, Max. So, Zweirohrstreuung. Das ist sehr gut. Zwei Läufe, so sollte es sein. Schaden um 10% erhöht. Das ist nicht schlecht. Von den Fertigkeiten her. Noch ein Bruch. Konter. Verursacht enormen Schaden und betäubt Feinde mit diesem mächtigen Konter. Wut-Boden-Exekution. Schaltet gefallene Feinde schnell aus, solange du dich im Wut-Modus befindest. Den nehme ich auf jeden Fall. Von den Werkzeugen her. Habe ich auch relativ viel schon. So, ich habe noch 136 Teile. Da komme ich nicht besonders weit. Weil hier gerade brauche ich dann meistens immer ein bisschen mehr. Eckstacheln? Nee. 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 Erhöht die Beschleunigung des Standard-V6 um 20%. Na, das nehme ich doch auf jeden Fall. So, 36 Dinger sind noch übrig. Das passt. Und zwischenzeitlich ist der Bart um einiges gewachsen. Das sieht aus wie ein Waldschrat, der gute Nächste. Ein wenig ungepflegt, will ich meinen. Ich habe einen Augenblick auf ihn. Boah. Ach, Leute, müsst ihr ja immer so eklig sein hier. Konvoi, nach vorne! Keine Zeit für einen Konvoi. Ich will eine Runde mit dem Ballon fliegen. Okay. Schauen wir mal, da gibt es sogar noch ein paar Schrottteile. Hier ist sonst nichts. Da komme ich nachher wahrscheinlich runter. Das Ding sieht auch nicht mehr so wahnsinnig fit aus. Ah, Munition. Sehr gut. So, also dafür, dass hier vier Schrottteile sein sollen und ich nur einen gefunden habe, ist das doch eine relativ magere Ausbeute. Was? Leerer Tank? Na, sowas. Ich bin schon gewundert, warum da einer rumsteht. Ich würde ihn da gerne einfüllen. Geht das? Da geht es nicht. Ne, nicht schmeißen. Tanken. Okay. Dann. Aufwärts. Schaue ich mich mal um, was es hier noch so im Blödland gibt. Das ist unser eigener Schatten. Die Festung von Jeet. Ötland Transferlager. Da sind wir schon mal dran vorbeigefahren. Da ist noch eins. Nehmen wir hier, ein Sniper. Steht er da einfach nur so rum? Da ist wieder einer. Ne, eine Vogelscheuche. Was ist das? Nichts, was ich von hier aus erkennen kann. Ja, ist ja noch nicht viel, was man jetzt hier sieht, ne? Ohne Vogelscheuche. Na gut. Ich habe ein paar weitere Punkte. Aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Und gut, ist auch egal. Sinken wir wieder runter. Das muss jetzt so reichen. So, schau mal, da unten kann man auch noch lang. Hier. Da ist auf jeden Fall schon mal noch so ein Ding. Zwei von vier. Na ja. Egal. Weg hier. Hm. Da ist noch einer. Drei von vier. Steht noch einer. Unten drunter ist er nicht. So soll es dann sein. Ich habe noch eine Mission zu erledigen. Und zwar will ich jetzt hier hin. Dass die Geschichte mal ein bisschen weiter geht. Und ich mich immer nur hier in 50.000 Nebenmissionen beschäftige. Aber die machen echt Spaß, Leute. Also das ist richtig cool. Kann ich euch nur empfehlen. Aber die Story muss weitergehen. Kann ich jetzt hier nicht wegen jedem Penner anhalten. Aber wenn ich schon mal da bin. Könnt ihr ja wieder aufbauen. Ich komme zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Also ich finde das Spiel grafisch sehr ansprechend. Na gut. Es ist jetzt natürlich Büste. Es ist natürlich Ödland. Aber das wird auch sehr gut vermittelt. Meiner Meinung nach. Und ich spiele es ja auf dem PC. Und die Portierung ist meiner Meinung nach echt klasse. Ist sehr gut gelungen. Da ist schon wieder ein Ballon. Ach Leute. Ich kann doch hier keine Ballon-Party machen. Noch eine Todesfahrt? Nee. Hier wurde gesagt. Die Sniper sind verdammt harte Burschen. Nicht solche Luschen. Rundefutter kannst du behalten. Brauche ich heute nicht. Ich hoffe, dein komischer Vogel ist hier vollgetankt. Na, dann machen wir gleich noch einen Rundflug. Du musst die Kabel zerstören. Ach komm. Ich bin schon gewundert, wofür diese blöden Kabel sind. Jetzt weiß ich es. Ich sehe es schon wieder vor mir, Leute. Ich schaffe es diese Folge schon wieder nicht, da hinten hinzukommen. Sprich, ich schaffe es dir. Das heißt für mich, ich werde jetzt noch mal schnell nach oben klettern. Habe ich eigentlich da oben schon geguckt? Ne, habe ich noch nicht. Die an, sieh an. So, jetzt aber. Aufwärts! So eine reine Ballonfolge würde ich auch noch nicht. Ich hatte eine, wo ich schon mal einen hatte. Aber vielleicht zwei in einem Rutsch. Ganz ungewöhnlich. Fuel Rains. Na, dann schauen wir doch mal. Vogelscheuche. Sniper. Den hatte ich schon. Jeans Festung. Da ist mein Punkt, wo ich hin muss. Da ist die Todesfahrt. Eine starke Vogelscheuche. Da hinten auch. Jetzt noch ein Sniper. Und da sind einige Todesfahrten jetzt hier. Okay. Na gut, das ist aber wieder einiges, was dazugekommen ist. Drei von drei Nebellichten. Wilder Teufel Stufe 2. Oh, ich habe 15 von diesen, von diesen Zeichen. Da muss ich unbedingt in der nächsten Folge, äh, den, den, äh, Club nochmal aufsuchen. Ich bin ja gespannt, ob ich es in der nächsten Folge endlich schaffe. Das ist schlecht. Na, kein Problem. Ach, komm. Ehrlich? Ja, Wahnsinn. Wie krass ist das denn? Da falle ich runter und es tut jetzt nicht am Bein weh. Ich liebe dieses Spiel. Einfach nur cool. So, wo ist er denn? Gar nicht zu sehen. Da ist er. Direkt in meiner Nähe. Dann kann ich das doch noch in dieser Folge machen. Sehr gut. Der komische Ölblätter. Nee. Da wurde ich. Hä? Bin ich verwirrt. Das ist schon richtig. Folge dem grünen, äh, den grünen Streifen, nicht der grünen Markierung. Hoffentlich ist das keine schwere und wenn. Also, Feinbruch. Hält aber einiges aus. Das heißt, die Harpunenstunde 3 benötigt. Oh, gut. Oh, gut. Fahrt der Leben. Als nächstes besucht. Jetzt muss ich erstmal zu den Puken da oben auf den Berg kommen irgendwie. Wird's gerade Nacht? Ah, ich gehe doch bestimmt völlig falschen Weg. Gibt's auch bestimmt einen, wo man nicht springen muss. Genau, macht das Licht aus. Spart Benzin. Spart Strom. Spart Strom. Bin ich genau von der falschen Seite herangefahren, ne? Bring me the car. So, okay. Once you had everything, purpose, love, family and friends, they ripped it all from you. You drifted far from what you were. But you still lie inside, dormant, waiting to rise again. No, this is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Also der Typ ist echt eigenartig. So, Legendenstufe erhöhen. Mache ich gleich zweimal. So, dann Lebenspunkte erhöhen. Munition. Länger Wutmodus ist sehr gut. Durch Waffen mehr Schaden auch. Nahrung mehr Gesundheit brauche ich im Moment noch nicht. Plündern mehr Schrott. Das ist sehr wichtig. Weniger Treibstoff ist in Ordnung, ist aber nicht so wichtig. Dann mache ich nochmal die Gesundheit ein hoch. Da habe ich quasi bei allem was ausgegeben, ne? Ob das so sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Aber das werden wir ja mit der Zeit sehen. Wutmodus oder mehr Munition? Ich glaube, ich nenne den Wutmodus. Okay. Habe ich schon wieder 20 Stück davon bekommen? Wo sehe ich denn das? Sehe ich das irgendwo? Auf der Karte sehe ich das. Wenn ich den Typen finde. Den kann man offensichtlich nur alle paar Gebiete einmal aufsuchen. In dem unteren Gebiet hatte ich den auch mal gesehen. Aber da bin ich jetzt gleich weiter gedüst nach oben. Na gut. So. Achso, nee. Jetzt habe ich null Grifferzeichen. Okay, dann ist das ja in Ordnung. So, dann 166. Großer Motor. Nee, es reicht noch nicht. Okay, Leute. Dann ist es das gewesen für diese Folge. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play MagMax mit Marv. Bis dahin. Servus.